Edith Eierkopf, hast du hier irgendwas angefasst? Hast du hier irgendwas angefasst? Und da ist oben. Hallo? Hi, ich habe eine Frage und ich erwarte eine ehrliche Antwort. Hast du irgendwas umgesteckt, verbogen, berührt? Edith Eierkopf, was soll ich dir jetzt erzählen, mein Freund? Ich habe nichts gemacht. Hast du irgendwas, du warst hier in der Area, hast du hier irgendwas angefasst? Edith Eierkopf, nur weil du es nicht hinbekommst, musst du mich jetzt nicht anrufen und mich beschuldigen. Hast du was gemacht oder nicht? Nein, was soll ich denn gemacht haben? Ich habe da nichts gemacht. Hä? Solltest du mal so einen Technikkurs besuchen oder sowas? Ja, sehr lustig. Okay, gut. Die kosten so einen mit so 12-Jährigen, die sind glaube ich auf der gleichen Stufe. Gut. Also, ich brauche ein neues HDMI-Kabel, einen neuen Monitor und eine neue Freundin. .. .. ... ... Vielen Dank.